Guten Abend. Okay, die erste Frage. Ich oder ich? Ich. Ich. Danke. Wie heißen Sie? Nina. Nina. Buchstaben Sie bitte, Nina. N-I-N-A. Danke. Wie geht's, Nina? Mir geht's gut. Vielen Dank. Und wo wohnen Sie, Nina? Ich wohne in Trostorf. Trostorf. Sind Sie in Trostorf geboren? Nein, ich bin in Bonn geboren. Ah, okay. Sind Sie verheiratet? Nein. Und haben Sie Kinder? Nein, habe ich nicht. Haben Sie Brüder oder Schwestern? Ich habe zwei Brüder. Zwei Brüder? Wie heißen Ihre Brüder? Christoph und Dennis. Christoph und Dennis. Und was sind Sie für einen Beruf? Ich bin Notarfachangestellter. Okay. Notar und dann? Angestellt. Angestellt. Ja. Notarangestellt. Vielen Dank. Sprengst du die andere Sprache? Ich spreche Englisch. Okay. Und ein bisschen Französisch. Und ein bisschen Französisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte.